Meine Freundin hat einen Vogel. In vielen Frauengesprächen geht es häufig um körperliche Defizite, Veränderungen, Tricks und Hilfsmittel gegen Fältchen und Fettansammlungen. Während eines solchen Telefonates offenbarte sich die eine, dass sie das endlich mit den Linsen in Angriff nehmen werde, darauf die andere. Ach, guck mal an, was für ein Zufall. Ich war doch gerade bei so einer ayurvedischen Beratung und da ist mir auch gesagt worden, dass Linsen und für mich besonders rote, jut sind und besser verträglich als braune. Wie, de Ogen. Ach so, wie bei Möhren. Wollt schon fragen, da wisst man ja, dass die für de Ogen, aber Linsen auch? Ach, wie nun? Also Essen für besser Kicken oder Ruffpappen für de Optik? So wie bei Jurkenscheiben und Teebeuteln oder wie? Ey, wie kriegst du denn die Dinger auf de Ogen? Kullern die nie runter? Kochst du die und machst ein Brei rauf oder wie? Oder wat? Nicht? Wie, je lesert. Und dit gibt denn Brei, den du auf de Ogen? Wie kommst du drauf, dass ik dir nicht richtig zuhöre? Ach, nee. Dit hab ich nicht geschnallt. Stare. Und ik dachte immer, dit sind Raben, die du am Fenster fütterst. Wie nu? Und die leserte Linsen sind für Föhl, jut oder wat? Wat heißt hier, du Vorel? Von wehen Altersstar. Alt. Grau. Ach, nicht ik. Wat haste? Nen grauen? Wovor? Ach, n grauen Starr. Du hast ja wohl n Händchen für Föhl, Raben, Stare und überhaupt seit wann sind Stare grau? Ne OP? Wieso, wat hat denn der Vogel? Wat laberst du andauernd von Linsen? Deine? Ja und? Du hast wat? N grauen Starr. Ups.